So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht, ich bin jetzt knapp vor dem Vorlevel 200, aber die Season dauerte nur noch eine Woche, also 200 dürfte easy noch machbar sein. Für den einen oder anderen wird es eng, aber einfach ein bisschen mehr Rettet die Welt und schon passt das Ganze, weil Rettet die Welt bringt einfach mehr, aber es soll ja um den Shop gehen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Heute ist er mal nicht so groß, aber es wäre nett, wenn ihr mich unterstützen würdet. Einfach mit dem Creator-Code YT-Family. Grüße gehen da schon mal jeden Einzelnen raus. Dann würde ich sagen, fangen wir oben an. Der Wildschirm ist wieder da. Die Pilzsichel ist auch da, die gab es mal anscheinend kostenlos. Ich weiß da schon alles gar nicht mehr. Dann Recon Expert. Lange, 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 lange. Es ist her, dass der mal richtig selten war. Dann das Handlanger-Paket mit dem schwarzen und dem weißen Skin. Dann die Popcorn-Geschichte. Der gute alte Colby plus der Pasteten-Peter. Ja, sieht zwar eher aus wie eine Mumie, aber halt eben aus Pastete. Haben wir Deutschen ja gefühlt gar nichts mit zu tun. Das ist ja eher so ein Ami-Essen. Dann der passende Kleider, die Pickaxe dabei. Dann Mel ist auch drin. Grüße gehen raus an Melly. Dann Bachy. Dann wieder Copyright-Musik. Deshalb wundert euch nicht, wenn manche Emotes, die ich hochlade, am Anfang keinen Ton haben, aber anders kriege ich es sonst gar nicht rein. Sonst sagt es von YouTube direkt, nö, wollen wir nicht. Das ist das Emote. Dann Pumpernickel. Dann der Kleider. Und Jazz-Handle. So, das war es eigentlich schon wieder, was den Shop betrifft. Heute ganz klein. Monarchen-Paket kann ich nur jedem empfehlen. Sind halt schnelle Level. Plus halt noch der Skin-Kleider und noch die Lackierung dabei. Passt auf jeden Fall. Denkt an die kostenlosen Geschenke. Nicht, dass sie weg sind. Und dann das Moncler-Paket noch komplett drin. Ariane Grande. Dann die üblichen Pakete. Und damit würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Montag. Und haut rein. Bis dahin.